Wir haben ein Mobilheim in zwei Teile geliefert, hier auf Grindewald. Das wurde mit einem Sattelschlepper und einem Teufgänger eingeliefert. Mit der Polizeibegleitung haben wir es hier hochgebracht und unten im Parkplatz der Männlichen Bahn haben wir es abgeladen. Wir mussten dann noch Gewicht rausnehmen, damit wir das Gewicht von 4'600 Kilo einhalten können. Damit der Helikopter auch problemlos läuft. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Weidl Mobil Home Import transportiert und platziert ein Mobil Chalet, Mobil Home oder Chalet an den unzugänglichsten Orten. Wir freuen uns selbstverständlich, euch demnächst unserer Ausstellung begrüssen zu dürfen und freuen uns natürlich noch mehr, euch mal ein ganzes, schönes, neues Mobil Heim zu liefern. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Hiii Untertitelung. BR 2018